Hallo, ich bin Michael Wehr hier bei Warwick Distribution, dem deutschen Vertrieb von MXR. Heute demonstriere ich euch das Berserker Overdrive Pedal. Es ist der Nachfolger des Wild Overdrive und außer dem Design hat sich auch fast nichts geändert. Geändert haben sich die Podis, das sind jetzt hochwertigere Podis mit Metallachsen, die langdippiger sind. Ansonsten ist es nach wie vor das analoge Overdrive Pedal mit Hardwire Bypass, das sich am besten vor einem ohnehin schon verzerrten End macht. Es ist also perfekt, um die Vorstufe eines Röhrenimps in die Sättigung zu treiben. Es kann wahlweise mit Batterie oder 9 Volt Netzteil betrieben werden, hat die klassischen Regelmöglichkeiten für Output, Tone und Gain. Es hat ein ultra stabiles Aluminiumgehäuse mit dem für MXR üblichen kompakten Ausmaßen und ich finde es sieht echt cool aus. Es hat ein ultra stabiles Aluminiumgehäuse mit dem für MXR. Check it out! Check it out!